hallo willkommen zurück bei soma jetzt geht man da los so nächste schon tat also ist das hier Das Knopf Intelligenz, komplett klasse, leichte Universale Ach, die Dinger, die draußen rumfliegen, oder? Der K8 verfügt zwar nicht über ein Stimmmodul, kann aber über vereinfachte Geräusche Lichtsignale kommunizieren BullH3, das ist der größere, ne? Das ist der andere, ne? Ja, mittlere Arbeiter Topler, Mini Einfaches Versrei, Forschungsflugzeug Der Flugzeug verfügt eine Grundintelligenz Terry, es wurde beschlossen, dass du und deine Besatzung Täter am 14. evakuieren werdet Ihr müsst euch um nichts kümmern und euch allen werden sofort nach eurer Ankunft neue Positionen zugeteilt Ein bisschen weiter hinten einreihen müsst ihr euch Aber natürlich schon Das letzte, was wir brauchen, sind noch mehr Anführer Kronstedt Äh, fick dich, Kronstedt, ich gehe nirgendwo hin Du hast gar nicht die Befugnis, mich zu zwingen Terry, das sind nicht meine Befehle, du Knalltüte Ich übermittle sie dir bloß Du willst also bleiben Ich kann dir ein bisschen Zeit verschaffen, wenn du noch in einem Schrotthaufen bleiben möchtest Aber deine Besatzung wird morgen abgezogen Kronstedt Herr Ackers, mit Freunden informiere ich Sie, dass Ihre Besatzung Täter sicher erreicht hat Lassen Sie mich wissen, wenn Sie aufbrechen können, dann werde ich Ihnen einen Transporter schicken Peter Strassky Schöne Weihnachten, Herr Ackers Bitte zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie nach Täter gebracht werden möchten, Peter Strassky Das ist ein tausendstes Schachspiel geworden Ja, ich weiß, ich bin immer noch geschädigt Okay So Schauen wir mal hier Ah, hier geht's weiter Klo Willkommen im Badezimmer Ein schönes sauberes Klo, mit Klobrille Oho, so schick Ne? Ne? So Kann er drücken? Nö Ah, hier Nein Nein Lampter, Delta Wir müssen gegenüber Also gerade rüber Wieder raus Was geht? Gerade rüber Da war ich aber schon Aber da ist Täter Da war ich schon Gerade rüber Da ist Täter Da guck Da oben steht Ja Ist dann doch was? Nein Ich geh zu Täter Boah Ist das hier? Ist der Treffpunkt Okay Hier Treff mal drüber Lass uns treffen Kann er mit mir reden? Nein Da geht's denn weiter Doch, hier Hä? Da, hinten Vielleicht Das ist doch Delta Ja Ja, wir müssen schräg gegenüber Hä? Wo die Tür jetzt war, ne? Müssen wir hier geradeaus rüber Da Ja Was ist das? Weiß ich's Ach, guck an Transport Evakuierung Blablabla Zeppeline Was? Drück Ich drück Nicht herstellbar Ich erste Ich erste Ich erste Ich erste Ich erste Ich erste Antenne Oh, jetzt kommt Antenne Bayern Oh, la, die Jo Guck, da, Delta Wir müssen so rüber Wo ist das? Da sind wir jetzt Also schräg rüber Also auf der Nacht jetzt Geh wir weiter her Bisschen weg da Funk Ja Ja, gestern Oh, ja Strasky You can see the Zeppelin now Good Sorry about the mess Without the positioning system The Zepp's just keep losing their set roots Voljek did say that you could have fixed it on your side By rejigging the Antenna Guess it doesn't matter now Earl, are you coming? No, just me, Goy and Krier Ich erste I set up being a stubborn old man All right See you soon, Brandon Happy evening back Peter, can you hear me? I hear you, Terry I mean, Mr. Akers, sir I've changed my mind I would like to come to Theta Let Delta sleep Of course Wow Honestly, I didn't expect to hear from you again Such a long time since you checked in We have a few divers Zeppelin surveying Lambda at the moment I'll just make sure they pick you up when they're done Thank you for the warning I'll make sure they feel welcome Okay, I'll see you when you get here Da oben ist die Antenne, schau Will man erst die Antenne, oder was? Damit wir hier Verbindung haben Oder wie? Wir brauchen noch keine Verbindung Warum? Hier steht die Signalstärke, schau Ja, was müssen wir doch nicht machen Warum ist dann das der Grün? Ach, guck, das sind die Nummern, schau 216, 94, 9 Ist ja egal, wir wissen zu Theta Schreck gegenüber Vielleicht muss ich die Nummer einschalten Ja, mach halt, dann Wenn wir da sind, los Oh, Mann Man Man Fehler, Transport Positionen verloren Antenne manuell einstellen Sagen noch Das habe ich eingeschalten Und das Deswegen auch hier Die Dinger wahrscheinlich Oder was? Weiß ich nicht, geht los Schatz, was musst du? Warte Nur 4 216, mach jetzt Was ist der Weg dahin kommt? Ja 216, 216 Na 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 Wo ist das Ding nochmal? Schräg hier rum, rum, da durch Da, ne? Ne, hier Ja Und jetzt hier schräg da lang Da Da rein Was steht da? Schräg da, schneller 216, 216 Schräg da, stopp! Was? Da ist nichts Was da hinten steht am Schild? Wo? Weg, Schild denn? Na da! Was sehe ich doch nicht? Delta Das ist wieder im Kreis, Schatz Stell dir zu an Ja, was willst du von mir? Was ist denn? Kontrolleraum, ich war doch hier Was? Schatz, das ist auch nochmal, wohin? Jetzt geht es erst mal wieder zu Delta Wo die Tür war Ich weiß gar nicht mehr, wo man warnt Hier, ne? Weil hier bei Delta war Hä? Stopp! Und drehen! Warum? Da ist wieder Delta Oder? So, Delta Da war ich ja schon drin Ich muss zu dem Ding da Wo ich gedrückt hab vorhin Wo ist das? Da müssen wir nicht hin Wir müssen von Delta Gebäude aus Schräg gegenüber Hast du jetzt zwei von mir gesehen? Ich muss zu dem drücken, ja? Wo ist der? Hattel mal, da ist noch eine Tür Hier rein vielleicht, oder? Was ist das? Da soll man nicht reingehen Der hat doch gesagt Der schießt oder so Das ist die Antenne Kann ich ja was machen? Das ist überhaupt eine Antenne Was du willst Die sollten nach Täter laufen, ne? Da ist Delta Schräg und drehen Da Nein, da geht es nicht rein Da waren wir doch schon Da rein? Nein! Na, wo dann? Bleib jetzt mal da vorne stehen Und drehe dich nach da Rum Hier hin Ja, das Ding Hattel, sag jetzt ja halt Da rein Vor die Tür stellen Hier Und umdrehen Nein, zurück Vor die Tür von Delta Hier, oder was? Schatz Waren wir nicht gerade beim Eingang Und du läufst wieder weiter? Da ist doch das Ding Da will ich doch gar nicht hin Wie bist du da? Aber ich will da hin Ich will da hin So Ich drück ein bisschen rum Ich mach 216 So Jetzt haben wir es noch So, jetzt ist es an Wo war es jetzt noch, wo ich war? Wo ich gerade war? Was war denn das? Ich weiß nicht Mach es selber Jetzt doch halt Nö, wenn du mal da und hin und her läufst Wie so ein verrückter Das mach ich überhaupt nichts Warte, sag richtig Habe ich doch Du hast ja nicht zu Hab Zeugen Ich muss da hin, wo ich vorhin war Da waren wir doch eben im Delta Vom Eingang Ich muss da hin mit der Antenne Da brauchen wir jetzt nicht mehr hinzugehen Das sind 500 Meter Nein, wo ich vorhin war Vor dem Ding jetzt Mann Da waren wir doch schon Da können wir doch gar nicht mehr hinkommen Natürlich, wo ich es bedient habe Mach das zu witz Lass mich der mit dem Deckerlacken Ja, ich muss doch Na, mach halt Na, weiz Da waren wir schon drin Schön Nee, das ist nett Das war der andere Das war der andere Da bin ich auch nichts Da bin ich hin Mann Kruk Da, schau Signalstärke Haben wir es doch schon So, jetzt du mal Antenne Das Signalstärke ist voll ausgeschlagen Vielleicht jetzt hier Echo Ah, gut doch Gut, gut Gut, gut Was? Hallo? Und? Antriebsfähiger zu verarschen? All that water. We're groundy. Who is this? Alan. What's your name? Simon. Where... What are you? Und? Oh... Sagt bloß ich muss jetzt hier jetzt ein bisschen machen. Und Echern drücken. Huh. Alan, can you hear me? Alan? Das einzige was wir machen sollen ist nach Täter zu gehen. Wieso habe ich dann hier das Signalstärknis verschließen muss? Was soll ich jetzt machen? Da vom Eingang vom Delta stellen und sich umdrehen. Hier. Ja. Jetzt so. Umdrehen und es läuft so schräg. So. Ja. Was bin ich da hinten? Na, Täter laufen. Wo das siehst du aus? Da hin. Ja. Ja und dann? Aber da lang. Hier. Ja. Und dann? Bis man Täter ankommt. Ja, wo ist das? Hier oder wie? Nein, nicht zurück. Boah. Das sag doch wohin. Gerade auch ist durch. Hier. Ja, auf den Weg bleiben, Mensch. Auf den Weg bleiben. Schatz, du nervst mich verlangsamen. Dann hast du die ganze Zeit gesagt. Hier oder wie? Wo ist das? Was ist mal wieder hier? Da war ich doch schon. Da war ich doch schon. Ja, weiß ich auch nicht. Wird davon hingeklettert. Was ist das hier? Oh, was ist das? Ohne, was? Hä? Ist da auch so eine, oder? Was will ich hier alle runter tun? Na jetzt? Hä? 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 Vielleicht doch die Nummern drücken, wie gesagt. So, wo bin ich jetzt reinkommen? Weg jetzt wieder. Weil du mich wahnsinnig machst. Alain. Ja, jetzt weiß ich auch. Alain. Alain. Wo war das jetzt noch mal hier? So, hier war der Drücker, ne? Wo war's das Ding mit der Antenne noch mal? Das war in der Nähe. Oder nicht. Keine Ahnung, was du willst. Lässt du drücken? Ja, musst du's machen, aber nicht, was du machen willst. Nimm mal wieder drücken. Keine Ahnung, wo es ist. Was? Das war doch hier irgendwo. In der Nähe. Das war doch hier, oder? Oh Mann. So komme ich nie weit. Erlaub doch mal ein Stück, gleich findest du es her. Ja. Hier, da. Das war doch hier irgendwo, oder? Was denn das? Oh, warte mal. Hier ist Delta, oder? Da haben wir's doch. Da haben wir's doch. Oder? Da waren wir das schon drin. Hä? Ich dachte, das ist Delta. Was ist da unten? Da war auch noch nicht drin. Aber da komme ich nicht hin, doch. Ne, da geht's nicht hin. Oh. Wo ist der Drücker? Mann. Oh, den Drücker. Gibt's doch nicht. Für den Drücker, oder? Boah. Das ist ja Wahnsinn. Der war doch irgendwo. Da ist er doch. Mann. Nervt das? Was? So. So, das hab ich jetzt. Jetzt geh ich da hoch. Zu dem einen da. Was? Der. Hey, try the other one. It's not working. Yeah, I just need a few more. This hat. Give me some room, really. So. Wo ist es? Woh. 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 Da hinten. Ah, das ist schreck da hinten dann. Woh. Okay. Punkt. Antenne. Da, schau. Jetzt ist der da. Kann es sein, dass ich die da anbiegen muss? Den Delta? Beta? Ja, ist so was. Zeppelin. Echo. Was? 840 ist es. 840 ist es. Äh. 840 der. Antwortet nicht. 6 Kerl. Was war das andere, denn ne nummer? 049. So, das rück ich jetzt noch. Und hab ich keine Lust mehr. Das weiß ich nämlich wo ist. Es gehört. Hm. Hm. 049. Dann muss ich die da hinten an. Dingsen. So. Jetzt hin. So. 049. 340. 240. 145. Oh. Aktivshow!! Yes! Kommt an! Oh man. So, ich mich doch eh. Sehr warte. Wo kommt der zu. Ah, hier. oder? ja, guck! nur ein scheiß warum? scheiß was? warum? musst du richtig machen so ja, schämen sinnlos warum? warum? bitte was du kriegst? ok, jetzt einsteigen Ding reinstecken danke oh, es ist wirklich sehr komisch, dass es in und aus der Existenz so wie so wo sind wir jetzt? Delta, zumindest was du gesagt hast oh, richtig natürlich, ist das ein Zeppelin? appropriately 8 du denkst du kannst uns zu data? du denkst du kannst uns zu data? es ist ein Cargo Transport sie benutzen sie für die Materialien zwischen den Seiten alles, was zu groß für die Shuttle ich bin sicher, er kann uns das war lustig oh, warum nicht es funktioniert? oh, das Toolchip ist oh nein also... ok den Roboter holen beim nächsten Mal, oder? ja oder? ja und das soll ich nur schnell machen machen wir doch jetzt oh Gott was ist das denn? es ist eine Wahl die Roboter schießen welchen Roboter? welchen wohl? der rumliegen bei uns was? ja wirklich? ja da hinten ist er los ach so und dann den Chip nehmen, oder was? ist das so? es leuchtet so so, wo ist er? hier los und das und jetzt? schieß oh, wie denn? ah, ok oh, come on nochmal, ist nicht tot wie denn? oh Gott oh Gott hallo, ich komm nicht hin oh alter oh oh ich bin hier fest, ey das ist jetzt als wenns fertig wird oh jetzt ok so wie ist das Ding? Die arme Pläne, ey. Ja. Jetzt ihr bringen, ne? Waffe wieder reinlegen. So. Oh, okay. Ich muss einen Typen töten. Ich muss einen Typen töten. Aber in diesem Fall, das muss ich getan werden. Ist es eine Unterschiede zwischen ihnen? Ich gehe für den kleinen. Nein! Nicht ein Kade! Die sind so süß! Was? Oh, keine Angst. Sie sind schmerz als Rücken. Ja, das Schlimmste. Es beginnt zu sinken. Ich meine wirklich, sinken in. Ich bin ein Roboter. Hast du das schon schon? Ich habe gesagt, nein, seit ich auf Epsilon wuchs. Ich habe es nur immer zu pressen. Mein Gehirn will nicht, mich zu denken. Es ist wirklich schwer, nicht zu denken. Ja. Könntest du vielleicht den Wunsch da drücken, damit wir gehen können? Oh, ja, sicher. Hm. Hey, cool. Jetzt geht's los. Kann ich festhalten? Ja. Ja. Ja, jetzt. Achso. Drücken. Tch. Thanks. Boah. Guck mal. Ja, wirklich. Guck mal. Ja, wirklich. Boah, da oben war doch. Oh, ja. Oh, tschüss. Tschüss, Delta. So, was will die? Spricht die noch? Kann man was machen? Ne, müssen wir jetzt warten, oder? Ja. Wie da ist ein Heißluftballon? Was? Heißluftballon. Hm. Vielleicht stürzen wir wieder ab. Wow, was war das? Ja, vielleicht stürzen wir wieder ab. Oh, da ist was. Oh, da ist was. Boah. Gut, was. Noch tiefer, oh nein. Was? Oh, nein. Oh, nein. Aber dann, wie kann ich mich wie Simon fühlen? Wie kann ich mich als alles fühlen? Ich meine, eigentlich habe ich keine Ears, keine Mouth. Das ist ein Wunder, das ist ein Wunder zu denken. Ich meine, ich mache sounds. Ich sage immer Dinge. Du bist sicher. Okay. Ihr neue Körper wahrscheinlich hat die Szenen wie die du als Mensch hatte. Und dein Geist, nur eine Art zu verstehen, über die Welt zu verstehen, superimposiert diese Szenen auf deiner neuen Funktionen. Also, mein Geist ist es aufzuhören, dass nichts anderes ist. Wenn es nicht, dann wäre es wahrscheinlich nicht möglich, zu interagieren mit dem ganzen Welt. Und der Stress würde dich weder töten, oder machen dich verrückt. Also, ich habe einen guten Balance zwischen Bewusstsein und Ignoranz. Das bedeutet, dass ich nicht darüber nachdenken? Oder sind meine Gedanken, dass ich mich aufzuhören? Können ich den Balance? Ich habe mich nicht darüber nachdenken. Ich würde mich nicht überraschieren. Ich meine, wir haben reale Dinge zu tun. Wir haben Menschen zu schützen. Erinnern Sie? Ich habe mich nicht darüber nachdenken. Ich habe mich über die Wau. Ich werde mich über die Wau. Wie immer, nicht vergessen, mich zu nehmen. Kath, bevor du gehen, die Artificial Intelligence, die du erwähnt hast, in der Escafesel? Ja, die Wau-Wardens-Unit, die Wau. Ist es die Wau's Fault, dass wir so sind? Ich meine, es scheint, wie etwas, wie ein unreliable AI zu tun würde. Ich glaube, es setzte die Wau in motion, aber die Wau-Wardens-Wardens-Wardens-Wardens-Wardens-Wardens-Wardens. Es ist wirklich kompliziert, zu erklären, wie die Maschinen denken, Simon. Konzentriere dich auf die Theta, okay? Wir sehen uns bald. So, es hat gespeichert und jetzt ist die Folge zu Ende. Jawohl. Bis dann. Ciao. Tschüss.